Der Rauchbock von der Brauerei Kundmüller mit den Weihra-Bieren ist mein Bier heute auf dem Kanal. Und das kommt mit einer richtig schönen, tiefgoldenen, helleren Bernsteinfarbe ins Glas. In der Nase, Schinken, schön rauchmalzig, getreidig und so eine schöne bockige Süße. Ihr habt Cheers, sehr zum Wohl. Rauchmalz, Schinken, aber auch so leicht florale Noten. Getreidig, kräuteriger Hopfen, bisschen Karamell. Mittlere, bittere, leichte Süße. Weiches Mundgefühl und der Rauch, der lässt einfach alle anderen Aromen leben. Und die Süße balanciert den Rauch so ein bisschen, wird aber nie klebrig. Vollerer Körper, dezente, feine Kohlensäure und eine schöne, ölige Textur. Im Nachdruck kämpft ein Hopfenbitterer ein bisschen gegen den Rauch. Keiner wird so richtig Sieger, aber richtig schön. Ein richtig geiler Rauchbock von der Brauerei Kundmüller mit den Weihra-Bieren. Wenn ihr die ganze Bierverkostung mit allen Fakten zu dem Bier wissen wollt, müsst ihr jetzt mal ein langes Video bei YouTube schauen. Und das ist richtig lang geworden. Alle anderen klicken hier gerne auf Folgen, wenn ihr keine Bierverkostung mehr verpassen wollt. So wie heute.